Moin Moin Leute! Willkommen zurück zu einer weiteren Super-Megadoll-Span-Episode von Limeys Mario-Aventaja! Wow! Mein Pilz! Diesmal spiele ich ohne Sound, da der Sound mich persönlich ziemlich genervt hat. Aber ich kann euch sagen welches Lied gerade in diesem Level geht. Super Mario RRPG! Super Mario RRPG! Okay also Super Mario RRPG! Wow! Wow! Okay, nice! Hammerbruder! Wow! Mein Gott! Wui! 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 Verdammt! Wie kommt euch? Okay, hier ist was drin! War klar! Ach, wurscht! Und hol' ich mir jetzt nichts! Ah, da oben muss ich schon erzählen! Weil ich muss mir das holen! Ich komm mal hier! Auf hinterm bah 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 bah! Mh? Und jetzt muss ich hier raufglücken! Genau! Weeee! Weeeee! ich habe es geschafft wenn ein Skies die Tumanns Musik kann ich etwas im ersten Hörer nicht erkennen so zu sagen klar ist es mehr Wut? Geht mal down dumme Chucks. Ja nicht mehr, nein gar nicht mehr. WIE! Wolken! Das ist ja fast gar nicht zu erkennen. Yay! Joschi, blauer Joschi, der kann später fliegen. Ich mag an die Wolken mehr. Joschi, du wartest? Hier? Ich besorgte währenddessen was zu essen. Joschi friss! Nein! Geht weg da! Ja! Und jetzt komm! Los Joschi! Verdammt, falscher Knopf. Nein, jetzt noch Scrolling Level. Was ist das Scrolling Level? Neh mal schneller, 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 schneller! Verdammt! Was ist hier los? Yay! Geschah! Haha! Modern's Battlements! Bin mal gespannt was da ist. Können wir mich wie ohne Joschi reinmachen? Ja! Mein Gott! Lauf Mario! Scheiße! Hahaha! Nein, ich weiß was wir da machen müssen. Okay, ich riskiere jetzt mal was. Was ist denn mit den Bieswitz jetzt hier nach China? Genau, wusste ich doch. Und den nehmen wir jetzt ganz... Oh, verdammt! Okay, jetzt werden wir jetzt diese Münzen. Scheiße! er wahrscheinlich nicht so machen ich hab's versucht ja und jetzt hier auf ja was ich bin dran wirklich ich mach auch nur dass es am logischsten aussieht alle drei sind weg oh nice zack zack dummer kuba kuba wow verdammt immer weiter rauf immer weiter rauf Mario shit happening ach komm das ist wie bei Dragon Ball also bei normalen Dragon Ball da dieser Weg rauf zu Karin also so der Katze da weißt du der Himmelsdom genau oder Himmelspfad oder so ähnliches Brightleg Mann ja da oben ist Boss und du musst auch recht holen uns die Feder ich hoffe wir brauchen keine Feder bei diesem dummen Boss ah nein das ist der das ist easy ich bin cheesy wow wow what the BAM see your face Drache Fick dich du wichser nein ich cheate beim Bosskampf und cheate dich nicht also ich sterbe das schon mal wichser wichser ich bin 8 Minuten 3 levels geschafft und das ist die Chaotic Mansion die Mädchen die Mädchen die Mädchen die Mädchen die 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 wenn Münzen sind schon zu lassen sind die auf die 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 das die 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 mein Gott was mein Gott mein Gott du sitzt da ewig lang hallo ja ich hab dich gesehen Inji keine Sorgen aber das ist ich sehe jeden Inji hier ich sehe jeden Inji hier hier ist wieder einer bams WHAAAT? WHAAAT? Mann Gott, nein RUNTER JETZT Los Mario, du Vollkoffer Was? Ja, ist klar Und jetzt? Endlich Da war Yoshi Star Road Bin ich mal gespannt, was das ist Du Leute Power Ups Nein, ich weiß nicht mal was Fortress heißt Und sie labern hier so von dem Fortress Yoshi, jetzt komm Mehit Phobia Phobia Fortress Einziges Level Zwei Auswege Man hat nicht nur gespann zuvor ich da reinkomme Ich mag nicht gerne zwei ausgehen Das sollte bekannt sein Aha, was muss ich halt hier machen Oh, dann chill mir mal Hier rüber Phobia Fortress Das ist genau Fortress hat Schluss oder so Nein Nein Ich hab so Angst in deinem Vater Ich hab ja keine Rewind Ja, ich kann die Zeit zurückstehen Ich bin Gott Mwahaha Nein, ich pass Verfick dich Verfick dich Und Schlüssel Wuii 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 Ich glaub du musst sterben Boah Das war Glück Nein, ich will Yoshi behalten Yoshi, Yoshi Wuii 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 Was zur Hölle, mache ich da? Geh weg, Koopa Mein Gott, was ist das für ein dummes Level Scheiße, ist das blöd Fick dich Oh mein Gott Aber irgendwie finde ich es sehr nice Scheiße Geh weg, geh weg da Dummer Hammer, Bruder Scheiße, ich muss mich beeilen Nein Yay Leute, dann rastet ihr beim nächsten Mal Ich glaube, das ist das nächste Mal Dann hören wir uns das nächste Mal Ich will hören uns das nächste Mal Ciao Leute, ich liebe euch Und dann operation Prozent Jede호 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 Und syndrome